Was ist doch heut Nacht ein Sturm gewesen, bis es der Morgen sich geregt? Wie hat er ungebeten Wesen, Kamin und Gassen ausgefiegt? Da kommt ein Mädchen schon um die Straße, das ein Verschüchtert um sich sieht, wie Rosen, wie der Wind zerblasen, so unsteht ihr Gesicht hier drückt. Ein schöner Burscht dreht ihr entgegen, er will er vollem Zücken an. Sie sehen sich freudig und verwegen die ungewunden Schelbe an. Er scheint zu fragen, ob das Mädchen den Zöpfe schon zurecht gemacht, die heute noch die waffenen Stäbchen ein Sturm in Unordnung gebracht. Der Bursche träumt noch von den Küssen, ihm das süße Kind getauscht. Er steht von an und hingerissen, der weil sie um die Ecke rutscht. Das ist Zeit, der Bursche träumt noch die Ecke rutscht. Er steht von einem Außengladen, der weil sie um die Ecke rutscht.